Die Datei von der Runde war defekt, die ich gerade, die ihr jetzt seht. Und die Töne, ich habe es vom Kinomodus aufgenommen, die Töne passen nicht zur Runde. Die Töne sind von Domi und Michael, wie sie eine andere Runde spielen. Und ihr seht einfach, dass es gut ist, wenn man sich viel bewegt in FPP, die Pose wechselt. Und ich weiß gar nicht, warum ich das sage, weil es guckt sowieso nur der Domi an oder der Julian, der das Spiel eh nicht spielen kann. Trotzdem viel Spaß. Ich kann nur aufgehen. Ich meine, ob du hier bist oder was? Oh, da ist einer. Oh, der Arme. Weißt du, hier gibt es keine Waffe. Du hast alle Waffen weggeloadet. Wir haben jetzt tausend Schnellwechselmagazine. Ah. Gott, der ist der scheiß Regenlaut. Ich habe noch eine Waffe gefunden, mit der ich sowieso nie treffe. Vorher ist es. Kaum. Ah ja, war bei mir vorher auch so. Bei dir ist der muss er. Nee, wirklich. Michael, gerade eben, als du noch gelebt hast, die zwei, die da unten rumgeschossen haben, der hat sich gelehnt, hat sich nicht bewegt. Ich schieße auf seinen Kopf, war zwar in und rein. Bring dich in Sicherheit. Wo schießt er? Ich habe auf seinen Kadaver geschossen. Loll. Ist der Incend gewesen? Ah ja, ich habe zwei. Incend. So, jetzt lud ich noch ein bisschen mehr, oder? Hast du nicht genug? Michael, also ihr habt schon was. Endlich.